Wir kommen zu einem neuen Corona-Virus-Update, heute am 2.8. Wir haben neue Zahlen erhalten aus MV für MV. Und zwar haben wir zwei neue Corona-Infizierte erhalten. Klingt roch der Aussage. Dabei steht die Gesamtzahl auf 877 seit Beginn der Corona-Krise. Und das RKI schätzt, dass ca. 65 Personen derzeit mit Covid-19 infiziert sind. Wo kommen die zwei Zahlen her? Einmal aus Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. Da haben wir einen neuen. Damit steckt da eine Gesamtzahl auf 130. Und im Bereich Vorkenmann-Rügen auch eine neue. Damit steckt da eine Gesamtzahl auf 93. Das waren soweit die Corona-Zahlen heute vom Sonntag. Wir sehen uns Montag wieder, also morgen quasi. Und bis dahin noch ein schönes Wochenende. Folgen wir auf Instagram unter markelorenz-youtube. Also heißt abonnieren, teilen, abonnieren, teilen. Schön mit Ö. Bis morgen. Euer Marco Lorenz. Und ihr wisst Bescheid. Ach, wie gut, dass jeder weiß, dass ich Marco Lorenz heißt. Tschüss und schönen Abend noch. Tschüss. Tschüss. Ich Polliene. Wenn man einetzt. Tschüss. Vielen Dank.